jetzt ist es wieder passiert das schlimmste was man überhaupt passieren kann einem menschen generell ist die männergrippe ich befürchte da ist was im anmarsch und ich fühle mich echt ein wenig krank mal gucken ob ich es mal wieder überlebe jetzt lachen wieder alle frauen ihr könnt euch ja gar nicht vorstellen wie schlimm das ist ihr könnt es gar nicht beurteilen weil ihr habt ja noch nie männergrippe gehabt ja ich stehe hier und warte auf einen ganz besonderen menschen und freue mich schon dass der gleich kommt wollte euch nur noch kurz sagen dass ich das toll finde wie wir uns sozusagen unterstützen und wie ich aber auch immer hingewiesen werde auf irgendwelche post oder kommentare wo mein name dann fällt und ob es gute post sind oder manchmal auch schlechte das ist egal ihr markiert mich da und weist mich darauf hin oder schickt mir eine nachricht aber ich wollte euch einfach nur bitten immer sachlich zu bleiben und wirklich was ich gelesen habe war zu 99 prozent sachlich und lasst euch nicht provozieren das bringt alles nix und es ist schade dass man so vieles hinnehmen muss oder dass es immer so weit kommen muss aber dafür probieren wir das ja in die öffentlichkeit zu bringen was so los ist jetzt speziell auf den wolf bezogen ich habe jetzt immer nur mein lohnunternehmer profil die nachrichten gecheckt zum thema wolf ich habe gesehen auf meinem markus widmer für profil ist auch was gekommen und da gibt es irgendwie noch nachrichten keine ahnung sind wahrscheinlich keine follower oder irgendwas die muss ich auch noch alle durchforsten aber ich wollte jetzt erstmal ein bisschen ruhe einkehren lassen weil mir das auch tatsächlich zu viel wurde und das ist auch nicht immer so gut zu ertragen was da manchmal gezeigt wird und was geschrieben wird und dementsprechend brauche ich auch mal ein bisschen ruhe und klicke mich vielleicht gleich ins bett ich habe bis gerade mal ein stündchen oder zwei im bett gelegen und irgendwie sind im moment alle krank aber das ist ja auch die jahreszeit dazu und solange man nicht irgendwelche regelungen trifft oder irgendwelche lappen wieder vom gesicht tragen muss hallo wenn man unterwegs ist dann ist doch alles in ordnung also wo ist da gloria abschluss freigegeben ja zum abschluss freigegeben ich hoffe dass damit das problem gelöst ist aber ich befürchte dass jeder wolf irgendwann zum problem wollen wird man einfach zu wenig zu kauen da ist das ist so dann werden wir auch zu problem menschen und und wolf und mensch unterscheiden sich da glaube ich nicht unbedingt und die sind ja auch nicht dumm so ich muss mal aussteigen da kommt ja nicht die person bis dann macht's gut bis dann kommt ja auch nicht